oh ich glaube hier oben auf dem dach sind leute ja hab ich vorhin gesagt ja lass dich mal silenzen so sneaken nicht rennen bläcki mit deinem gehirn werfen lauf mit deinem gehirn bläck nicht in deinen füßen der guckt da irgendwo hin und schießt kommen sie ihn einfach warte auf blackie das weg ja auch direkt kann ist ein stockwerk schneller als bläckig weißt du welchem ok 90 prozent der safe quality claim oder wie weit ist familie ich werde jetzt der kommt jetzt du kommst jetzt hoch ist das bei mir wir müssen hier raus und direkt ein go machen ok bist du ready komm 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 zur tür komm zur tür damit du direkt raus kannst ok 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 3 2 1 ja 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 Ja, ok, kann man auch machen, ne? Schön, Jungs. Der Hijack, der ist auch komisch. Guck, wie den Kill kann man sagen. Eddie, catch, Vorsicht. Der ist schon. Nein, weiß ich nicht. Einer Eddick. Einer Eddick, einer vorne Richtung Armory. Dann müsste gleich Trophy kommen. Immer noch einer Eddick. In Mars habe ich noch eine Drohne stehen. Eddick, komm vor. Er sitzt. Er sitzt close in the rotation. Ich kann den Pin geben. Ja, 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 ja. Weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts. IQ open. Muschelig, beide. Nice. Sehr gut. Der Hohen, der macht's. Was ist denn das hier? Die Rotation? Ja. Hab ich auch gefeiert. Reloading, der Militär, eskalated, oder wie? Ist das zu verstehen? Ich muss noch mal ein Donut hinein, bevor du die Runde endest. Wo ist der? Für die Go-Yo-Filter darf man nicht rüberspringen, so war das. Doch, doch, doch. Okay? Du wirst rüberspringen. Ich verstehe gar nicht, warum du so frech geworden bist. Habe ich mir von Millie abgeguckt. Alter, retireder Sack. Jetzt im Haul, Alter. Ist du vier, oder was? Nein! Bitte nicht für mein Ace! Hib mich auf, Ferry! No! Wo ist denn der? Need more, Doc, please! I need to go for the kill. Let's go! Wo war'n der? Obstein. Weiß jemand, wo er ist? Ah, oben! Nein! Fuck! Da meint ihr, der Glass geht gegenüber aufs Dach? Könnt ihr bitte meine Skylight Cam gehen? Jo! Der Glass fahr' gegenüber aufm Dach? Hm. Oh, die breachen, wa? Willi, hast du die Air-Trap? Ja, die Air-Trap ist weg. Maverick Stairs, Maverick Stairs! Doc, Doc, Doc! You want Stairs! You want Stairs! There are three Stairs in this building. Oh, yes. No, not 17, it's three. Ah, das ist die Bar. Decked. Ah, nice throw, Alter. Immer noch Front-Stairs. Komm, Bananen, von dir vorne. Elevator. Ah, four eliminated. Mission. MAAAAA! MAAAAA! Hahaha! What was your blood? Oh nein! Where are you pushing? What are you doing? Go away! What are you doing? Oh my God! Oh! Gute Nacht, Castle! What are you doing? Gute Nacht, Castle! What are you doing? You'll be to the bomb! Throwing for a grenade! Yeah! What are you doing? No, no, no! Wer ist die Riga? He's the train! No, F-S is weg. What are you doing? H-E-A! H-E-A! Was ist die Tür? Ja, da ist einer. Was? Der Dock in der CC-Tür. Da. Geht's, Rook. Rook was dead, jetzt. Let us steal this guy! Warte, ich mich frage, wer ist der mit dem C4? Da steht ein Jäger irgendwo. Ja. Ich muss das sehen. I don't know who. Rotation, Rotation. Nice. So, Miles, was hast du? Was? Ich push mal vor. Kannst du vorpushen? Nice. Let's go, Miles. Let's go, yeah. Easy, GG. GG. Oh, ich kann nicht schreiben. Nein. Let's go, gib mir mal ein Alpha Pack, Alter! Ja! Deploying Center. Jackass! Jackass! But I can't find him. Is he dead? Nice, man. Den hab ich, äh... Colt hast du nicht. Nee, du hast dich da drin. Ich hab mir Sets gekriegt dafür. Perry, hast du was bei dir oder was? Einer, 4 CC. Break room, der ist dead. C-imal, die zuhörbar sind. Jackkill und Twitch draußen. Both draußen. Where're down stairs? Both downstairs, by the B window. Down stairs, by the B window. Down stairs, by the B window! Down stairs, by B window! Aber, das steht von Wenz! Man oder wo? Ich denk halt die ganze Zeit die sind tot, Alter. Ja, Junge. Nur weil du seine Schuhe anziehst. Wo? Der neue. Freezer, Freezer. Oh, oh. Oh, Freezer. Oh, oh, oh. Gehen wir helfen? Da sind aber noch drei, ich weiß nicht, wo der dritte ist. Ich auch nicht. Einer könnte vorne die Mainstests runterkommen. Ist ein Clamer hier auf dem Boden? Ich versuche die Mainstests zu halten, kannst du die Flüße da halten? Pass auf, rechts von dir ist ein Klotz bei mir hier. 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 Party durch. Slow. Slow. In der Freezer-Rotation. Nice Mann, Junge. Schön gemacht. Nice. Krass. Sorry, ich kenne hier keine Calls, also. Ich will nicht spawn-treten gehen, weil ich halt einfach scheiße mit spawn-treten bin. Das ist halt einfach... Fack. Ich habe eine Cam. Oh, Millie. Good night. Good night. What? 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 Ich gehe davon aus, dass die kommt, wenn die Pro League von der ESL weggeht. Oh, was ein Brett, Alter. Aber du hast ihn auch? Ja, ja. Good night, ey. Halleluja. Ich habe euch so gegenseitig nur einen Tab gegen. Nein. Amaru geht aufs Dach hoch. Ja, klar. Amaru ist auf dem Ruf. Die Ampest stimmt die E-Sers ab. Oh. He's injured. Are you injured? Oh. Oh. Bluber war der Jäger hinter der Bar und... Alter ist close. Oh, ich habe gar keine Ammo mehr, Alter. Der Arm. What? Hast du nur gerade gekillt? Jäger. Willi? Sorry. Jäger. Thundraise war noch der Lesion injured. Ich war jetzt nur bei mir. Der hat er gepickt war. Jaja, den hat er gepickt. Ich kann den Drohnen. Hinter der Bar. Das ist nicht wahr. Ihr habt nur Utility für den Boys. Oben oder was? Ne, und Zeit, und Zeit. Hat mich durch die Drohnen gekeillt. Kannst du aufmachen bei dem? Ich versuche gerade eine Drohne. Ich habe hier schon ein bisschen offen, aber ich weiß auch nicht, wo es steht. Ich weiß nicht, wo ich hin kann. Willi pushen jetzt. Der ist vorne. Hint. Hint. Vorderbar. Ich habe keine Drohne mehr. Der Rook ist auf jeden Fall on side. Das ist kurz, auf jeden Tag. Lauf er gerade ladder. können wir uns jetzt immer wieder trocken. Ich habe einen R kurt. Hint Garage Perfect consumption personas von 4 Trämmige. voll milli alter kann ich denn eventuell noch mit euch ich bin